Im Jahr, das ist hier der Herbst, einer der schönsten Ecken hier in Halle. Und ich bin gerne hier. Leider übersieht man sowas immer, wenn man zur Arbeit flippt und überall ständig hin und her rennt wie ein Kanickel. Aber manchmal lohnt es sich stillzuhalten und einfach ein Bild zu machen von einem Augenblick. Und jetzt werden wir einfach lernen, und zwar ein Theaterstück mit dieser Draußenlernen, weil Sonne lohnt sich am meisten. Jo, die Sonne ist wieder da. Und mein Hund, der genießt auch die Sonne. Alles ist schick. Jo, danke!